halle hallöchen leute und willkommen zu einem neuen pc video und diesmal ist es sozusagen ein neues format denn ich will ja so eine kleine diskussionsrunde mal starten das heißt ich diskutiere über ein thema aus dem pc bereich und ihr sagt mir einfach eure meinung dazu was ihr davon haltet und natürlich schickt mir auch eure vorschläge für themen das heißt worüber ihr meine meinung hören wollt was weiß ich zum beispiel wie wie findest du keine ahnung den aktuellen stand bei den mainboards entwickelt sich das falsch oder nicht also was sich im beispiel ist jetzt oder grafikkarten findest du das ist gut was es da neues gibt oder so also jedenfalls eure themenvorschläge vorschläge was es da so interessantes gibt was euch interessiert würde mich freuen und dann könnte es sein dass es in der nächsten folge kommt eure kommentar wird dann eben gezeigt und ja wir fangen erstmal an die erste folge die mich jetzt persönliche sehr interessiert das thema ist ja wie kann man es in kurze worte fassen im grunde neue prozessoren kann man sagen ich habe jetzt hier die seite computer base offen ihr seht schon hier ist die news mit amd die bringen jetzt ja ja was heißt neue aber überarbeitete prozessoren es ist immer noch dasselbe standard selbe baustand hat immer noch 32 nanometer jedenfalls bringt aber prozessoren raus die ein turbo takt von fünf gigahertz haben ja ja ihr kennt ja sicherlich alle den ganz normalen amd fx 8350 das ist eigentlich ein guter prozessor eben vier module acht threads ähnlich wie vier kerne und acht threads also module ist da eben so ein bisschen anders bei amd ja also es ist auch kein kein richtig richtiger acht kerner ja sondern neben vier module das ist auf jeden fall kein schlechter prozessor ist für den preis ein sehr guter deal und das ist ja eben meistens bei amd so also die haben echt immer ganz gute deals im angebot so von den prozessoren sind dem eher im günstigen bereich vertreten ja das ist jetzt keine amd hate sondern so ist es nun mal das ist so die situation und sie bringen nun ein prozessor mit 5 gigahertz turbo takt raus das heißt er kann sich automatisch auf 5 gigahertz takten und macht das dann auch aber dann frage ich mich was da der sinn ist denn jetzt einfach mal ein beispiel ich habe sagen wir mal einen 7 3770 k also ivy bridge und stehen habe ich auf 4 gigahertz getaktet das ist noch so relativ moderat das kriegt man mit einem ganz normalen kühler hin der was für sich 20 25 euro kostet das ist kein problem so dann hat jetzt jemand anders diesen neuen prozessor den amd fx 9590 so wie er wahrscheinlich heißen wird und der ist eben bei 5 gigahertz so der wird jetzt sagen ja mein prozessor ist besser als deiner ich habe hier fünf gigahertz und du hast nur vier gigahertz aber das ist falsch das denken eben viele leute es kommt auf keinen fall nur auf die gigahertz zahl an sondern ganz im gegenteil selbst wenn du zwei prozessoren nimmst sagen wir einen amd mit vier gigahertz und eine internet 4 gigahertz die haben komplett dieselben kerne dieselben module dieselben threads ja also sagen wir es einfach mal beides vier kerner ohne irgendwelche zusatz threads also ohne hyper threading oder sonst irgendwas sondern einfach vier kerner beide 4 gigahertz ist ganz egal wie viel die verbrauchen zurzeit würde es so sein dass der intel einfach schneller ist denn es kommt immer darauf an wie viel leistungen pro takt der prozessor gibt und der ist bei intel zurzeit eben leider etwas höher ja deswegen bringt das ganze mit 5 gigahertz in meinen augen relativ wenig die tdp ist bei 220 watt und das ist einfach übertrieben finde ich es wird kaum was bringen weder in ja ich weiß nicht ob es in spielen was bringt wahrscheinlich schon ein höherer einzeltakt ist in spielen meistens gut das heißt spiele profitieren zurzeit immer noch nicht davon wenn man zum beispiel 16 kerne hätte und alle mit 1 gigahertz takten könnte man selbst einige wirklich einfache spiele nicht spielen wenn man aber im gegenzug ein dual core prozessor hat mit 5 gigahertz dann könnte man so ziemlich alles spielen das heißt so bis zu vier kerne also vier kerne ist zurzeit das optimum und viele spiele nutzen dann eben auch vier kerne aus manche auch schon mehr aber ich sage eben einzeltakt wenn der niedrig ist dann hilft das den meisten spielen wirklich wenig beziehungsweise es bremst einfach aus wenn die einzeltakt rate nur bei irgendwas mit 2 gigahertz liegt und ja jedenfalls ich finde das geht in die falsche richtung um jetzt mal wieder zum thema zu kommen dass die prozessoren einfach wirklich nur noch immer mehr gigahertz bekommen ich finde das gut aber dann soll es auch weiterentwickelt sein das heißt in zwei drei vier fünf jahren haben die bestimmt fünf gigahertz aber dann verbrauchen die trotzdem nur sagen wir mal 100 watt weil das ist jetzt im grunde einfach nur ein hochgetakteter prozessor und das eben als als basis takt ausgegeben und da braucht man eine ziemlich krassen lüfter bzw kühler und ich kann mir nicht vorstellen dass das wirklich so sinnvoll dass es erstens zieht er total viel watt zweitens kann ich mir nicht vorstellen wie man das wirklich leise kühlen könnte also es wird bestimmt leise gehen mit einer wasserkühlung oder sonst irgendwas aber ich finde es geht in die völlig falsche richtung also da müsste amd in anderer richtung weiterentwickeln einfach erstmal in der effizienz da müssen sie intel noch hinterher kommen und eben dass die leistung pro takt besser wird ja das ist meine meinung dazu dann muss ich aber noch ein bisschen auf intel rumhacken ich glaube die gibt es jetzt hier gerade nicht auf der hauptseite und zwar die haswell prozessoren sind ja jetzt schon etwas länger draußen hier ist auch der test intel haswell für den desktop und dann schauen wir uns einfach mal hier die ergebnisse an die habe ich mir schon vor einigen wochen mal reingezogen so dann haben wir hier das rating das heißt die insgesamten benchmarks und ergebnisse alle zusammengefasst und daraus ergibt sich dann prozentteil der schnellste prozessor logischerweise mit 100 prozent das ist jetzt in diesem fall der 3960x das heißt nicht dass es der schnellste prozessor ist aber eben der schnellste in dem benchmark nun es gibt ja schon den 3970x aber wie gesagt das ist jetzt egal so und dann sieht man hier den i7 oder i7 4770k das ist der hier und den vorgänger den 3770k und wenn man sich das ganze anschaut dann ist der sechs prozent schneller haben auch beide den selben takt und das ist immerhin etwas ja immerhin etwas das heißt hier sieht man es ganz gut selber takt haben auch selben kerne auch dieselben threads also beide vier kerne beide acht threads das heißt im task manager werden acht threads angezeigt ich kann euch das mal ganz kurz als beispiel zeigen bei mir ist es jetzt ein bisschen anders aber das sind da hier threads im grunde ja ich habe sechs kerne und insgesamt zwölf threads und hier ist es eben dann genauso das heißt leistung pro takt ist erhöht worden das ist auf jeden fall schon mal sehr gut aber eben nur um sechs prozent und ich finde das geht dort auch in die falsche richtung man ja man hat da viel zu sehr bei haswell in dem integrierten grafik kern geforscht und weiterentwickelt so dass eigentlich cpu leistung nur wenig dazu kommt das heißt selbst wenn man einen 2600k hat lohnt es sich einfach überhaupt nicht wegen der cpu leistung aufzurüsten das lohnt sich einfach gar nicht wirklich überhaupt nicht der hat noch 100 megahertz weniger und hätte der jetzt auch 3,5 gigahertz ja wäre das eben wieder kaum ein unterschied und die integrierte grafik bringt einfach überhaupt nichts wenn man einen gaming pc hat und sowieso eine gtx was weiß ich 780 drin hat ist ja auch völlig egal welche grafik hat aber es bringt für den desktop bereich nichts ja nur für den desktop bereich für den notebook bereich finde ich es super wenn man an integrierten grafiken weiter schraubt denn da ist amd sozusagen der marktführer die bekommen mit der integrierten grafik von ich weiß nicht nehm amd a10 6800k meine ich ist der beste zurzeit und mit denen kann man sogar schon battlefield 3 spielen ja natürlich in absolut geringen auflösungen und äh äh grafik settings aber es geht denn die amd integrierten grafiken ich glaube das ist die 8660 d so nennt die sich äh die hat schon einiges auf dem kasten und das als integrierte grafik das reicht für leute die sowieso nur äh mm o rpg spielen und das eben in relativ niedrigen settings für die reicht das dann eben schon oder eben die nur ein spiel für zwischendurch machen irgendwelche älteren spiele ja das heißt spiele von vor zwei drei vier jahren die kann man dann sogar in den höchsten settings spielen äh und das finde ich bei notebooks ist absolut geil denn man braucht keine keine weitere grafikkarte keine externe grafikkarte und spart dann eben ziemlich viel äh strom ja das finde ich eben dass es so äh meine merkmale warum es in die falsche richtung geht das heißt intel müsste einfach weiter an der puren cpu leistung äh schrauben beziehungsweise dort weiterentwickeln denn mich interessiert nur die cpu leistung ich weiß nicht wie es euch geht wie gesagt da bin ich auf eure meinung sehr gespannt aber wirklich die integrierte grafik interessiert mich echt absoluten null prozent äh mir kommt es auf die leistungssteigerung an bei einem neuen prozessor und wirklich auf mehr nicht und ja es wäre eben auch falsch einfach nur prozessoren daraus zu bringen die dann einfach hochgetaktet sind und total viel strom verbrauchen äh weil die wieder runter zu takten ist dann wieder schwieriger und 220 watt ist schon ein wort zum sonntag äh natürlich verbrauchen intel prozessoren bei 5 gigahertz auch nicht gerade viel weniger wahrscheinlich ein bisschen weniger aber ich kann euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen wie viel genau ich habe meinen sechs kerner auch auf 5 gigahertz gebracht ich habe aber versäumt zu testen wie viel der dann wirklich zieht wenn er komplett ausgelastet wird aber jedenfalls ich finde es völlig irrsinnig die wärmeentwicklung und lautstärke und der stromverbrauch ist einfach viel zu immens als dass es irgendetwas bringen würde und ja das sind eben meine sachen warum es in die falsche richtung geht im prozessoren markt ich freue mich auf eure themenvorschläge und eure meinung in den kommentaren und dann sehen wir uns bei der nächsten diskussionsrunde wieder macht's gut bis zum nächsten mal ciao ciao